Papa zeigt dir heute das Stift Kloster Neubau. Ist das schön? Ja! Wir zeigen dir heute die Oper Don Carlo, das Märchen Don Carlo. Wir dürfen hinter die Kulisse schauen. Bist du gespannt? Ja! Na dann los! Ganz viele Plätze! Wow! Setz mich in die erste Reihe! In der Oper im Märchen Don Carlo bin ich der beste Freund vom Prinzen Don Carlo und habe ein großartiges Kostüm. Papa, ich würde dein Geschirr sehen. Na sehr gerne! Los geht's! Ja! Ha 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 ha. Und? Parn die Krone? Nein, das ist die Krone von König Philipp von Papa von Carlos. Ist das denn die? Ja! Ach, genau! Wie groß ist das? Das ist doch gut! Papa, komm! Na komm, geh her! Liebe Kinder, am Sonntag, den 23. Juli, werden wir hier im Kaiserhof Don Carlo, die Oper, das Märchen für euch spielen. Mit Orchester, mit großem Chor, Solisten und Kostüm. Verpasst das nicht, es wird super lustig. Alles Liebe, tschau! Dschau!